Das Basscamp ist im Ursprung eine Fortbildungsveranstaltung für Basslehrer gewesen. Und dann ist die Idee gereift, das Basscamp auch für Schüler zu öffnen. Heute ist der Hauptarbeitstag, heute sind die ganzen Kurse von morgens bis abends, der Professor ist da, die Meisterkurse laufen, Ensembles laufen. Also ich denke mal, das Basscamp ist besonders, weil es bei den Teilnehmern wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Und das zeigt sich auch darin, dass wir viele ganz treue Seelen haben, die jetzt schon zum zehnten Mal, dreizehnten Mal dabei sind. Das Tolle ist unser Bassorchester. Da gibt es also ein Abschlussstück am Freitag bei der Baskala. Da spielen alle mit an einem Stück, egal ob sie sieben Jahre alt sind und leere Seiten spielen, ob sie Profis in einem Profiorchester sind oder ob es halt unsere Senioren sind mit 70 plus, die dabei sind. Das Tolle ist ein Abschlussstück am Freitag. Und das Tolle ist ein Abschlussstück am Freitag. Und das ist das für ein Abschlussstück am Freitag. Olli ist das für die Dich ansehen. Untertitelung des ZDF, 2020